Hallöchen meine Freunde und herzliche Willkommen hier zurück zu Olavs Adventskalender. Eine weitere Karte hat gezogen, heute hier am Tag Nummer 12, der Hälfte haben wir geschafft. Das war ja auch schon so in Weihnachtsstimmung. Ist ordentlich. Ja, das ist jedes Jahr, naja, egal. 13. Wir haben hier einmal die komplette Reihe durch. Ich habe die ominöse, glitzernde Packung auf dem 24. wieder hingeschoben. Ja, das kommt ja erst der Heiligabend. So, 13 bis jetzt wieder hier. Und da haben wir schon unsere mysteriöse Karte. Und wir haben den Schwarzflügel Sigro, die Morgenbröte. Okay, Morgenbröte. Ne, Morgenbröte, Entschuldigung. 2000 Angriff, 1000 unter Verteidigung. Was soll ich mit den ganzen Karten machen? Das ist, wenn wir bei E-Mail gucken, ob ich für 50 Cent loswerde. Anher geht es ja erstatten Euro weiter. Ach, heiße. Egal. Glitzert wieder alles schön. Ihr habt ja die ganze Präsentation. Scheint da, ich hätte es beinahe runtergeschmissen. So hart, dass in die Gärten. Joach, was gibt es heute? Drachen, Uhr 12 ist angesteht. Und heute geht es mal wieder richtig doll in die Retro-Phase. Und zwar Stronghold 1. Kennen wir vielleicht die wenigsten von euch. Als Remake kam das damals. Was heißt damals, als es kam? Mal als Remake. Ich weiß nicht jetzt, wie lange das schon wieder her ist. Auf jeden Fall in Hadi. Nennt sich Stronghold Hadi. Ist halt ein Remake vom ersten Stronghold damals. Da, wo Stronghold noch Stronghold war. Die heutigen Stronghold-Ziele können alle samt in die Tonne treten. Deadration. Habt ihr da Bock drauf, mal so ein bisschen nostalgisch zu werden? Dann sehen wir uns 20 Euro wieder auf dem Teamspeak, wenn ihr mögt. Ist, glaube ich, UNESCO freier als UNESCO-Dings. Also ab 12 kann jeder ab 12 mitmachen. Denke ich mal, ist jeder von euch, ne? Joach, dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder für heute. Und oben ist dann die 14. dran. Und dann geht es wieder, wie man hier sieht, 14, 15, 16. Es geht dann wieder hoch, bis wir dann hier enden. Und ich habe den größten Pfähl des Jahrhunderts geleistet. Denn ich habe die Türchen 13 geöffnet. Und dann würde ich die Türchen 12. Yay. Gut, dann machen wir morgen Türchen 12. Mal gucken, ob ich da jetzt noch als Entschädigung ein zweites Spiel rauskomme. Na, das erfahrt ihr dann im TeamSpeak. Bis dann, Mörderin. Ciao.